So liebe YouTube-Freunde, was läuft ab dem Bauernhaus? Formal 1 auf dem Bauernhof! Formal 1! So, liebe YouTube-Freunde, was läuft ab dem Bauernhaus? Sonntagabend. Was macht der Hauptbauer Hause? Er trinkt ein Bier. Und unser Pizzaofen ist eng gefeuert. Wir werden da Pizza machen. Prost, YouTuber! Schocken! Schocken! So, der oben hat Temperatur. Pizza rein, sofort.